So, als grüßes Gentlemen, heute kommt wieder zurück zu Terraria Uno Dot Tre Mir ist jetzt echt Italienisch, Punkt Oh Gott So, alles klar Ha, drüber gesprungen Hui Hui Beziehungsweise, Moment, Moment Hier ist irgendwas Ich rieche es, oder ich sehe es Ich sehe es ja, dass da irgendwas ist Okay Das wird so eine ganz Abgekorkste Das wird eine ganz abgekorkste Aktion Da ist irgendwas, ich weiß nicht, was das ist Was ist das? Hä? Was glänzt da jetzt? Was glänzt da jetzt? Hä? Was? Warum? Was zum Teufel? Ah, das finde ich schon wieder ganz uncool Ganz uncool Na, na Ja, ich glaube das Gehen nicht gleich Ganz ehrlich Was zum Teufel Wow Nichts außer Sand Doch Gehärteter Sand Äh, krass Und was zum Teufel ist Antillon Swarm Okay Oh mein Gott Oh shit Okay, gut Das ist glaube ich Wie viel Leben hat der? Wie viel Leben hat der? 100? Scheiße Ich glaube das ist nicht meine Meine Altersgrenze Ich glaube das ist nichts für meine Altersgrenze Ich glaube nicht Äh Das ist ja witzig Habababababa Habababababa Äh, was ich natürlich überhaupt nicht geguckt habe Achso Ja, ich war hier, aber Sehr gut Ein zweiter verzauberter Bomber Kann man immer gebrauchen Immer Glöcke Okay Impfkrams Shit Äh, ganz nebenbei hier Ne Mal 40 Leben mehr Kann man Jetzt endlich mal aktivieren Nach Wie viel Jahren Erze Diamants Das ist Wahnsinn Es ist Wahnsinn Dass ich Diamant hab Tränke Nur rein damit Was auch immer Das Teleportation Teleport Tele 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 Teleportiert mich Teleportiert mich Zu einer zufälligen Stelle Könnte natürlich Entweder witzig Oder echt Schlecht Entne Wenn ich jetzt irgendwie in der Hölle Rechts Kobold Links Kobold Wird zwar echt angenehm Äh, aber Naja Alles klar So Ähm Goldärz Tangstenor Das ist so gut Ist echt gut hier Was wir eigentlich haben Wir haben hier Leder Holz Und dann halt Irgendein Helm Also irgendwie Mein Stuhl Der Der isst mich gleich auf So Geräusche macht der Das ist ja brutal Tja Ne aber ich Bitte Ach wir haben schon eine Kupfer Axt Okay gut Passt Ne dann ist wurscht Juhu Häschen Yes Oh Krankenschwester Cool Ach Hört sich aber nicht an wie eine Krankenschwester Wirklich nicht Aha Das ist hier irgendeine Riesenpyramide Also wir müssen noch weiter rechts gehen Noch viel weiter rechts gehen Wobei Noch viel weiter Gar nicht mal Ich glaube es ist gar nicht mal so viel weiter rechts Ich glaube Ich weiß es nicht Pumpkin Okay Ähm Also Probieren wir es oder Ich würde einfach sagen Wir probieren es einfach Einfach hier Lockerlässig Wird hier der Die Axt geschwungen Ganz einfach Zu gut Okay Wunderbar 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 Das war jetzt leider Uneffizient gehauen Sehr uneffizient Aber Wir haben Zeit Also ich Zumindest Wie es bei euch ist Macht die Zeit schon oder Oh shit Ach Ach Kleiner Sack Was hat der mir jetzt da gegeben Was war dieser fetter Klopster Okay gut Ist ja wurscht Ich brauche Eine Goldspitzhacke Aber dafür brauche ich auch Natürlich Gold Okay Sehr gut Gekonnt am Kupfer vorbei Aber Gekonnt am Kupfer vorbei Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Wolfraum Immerhin schon mal eine Höhle Immerhin schon mal eine Höhle Weil Die ganze Zeit hier irgendwas graben Und es führt zu nichts Ist echt Depri-Shit Echt Depri-Scheiß Amethyst 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 Okay Sehr gut Sehr gut Wunderbar 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 Sehr gut Hier ist weiter Das war hier nur so eine Kleine So eine kleine Witzhöhle Aber dafür eine Statue Was Okay ist Aha Nicht der Rede wert Nicht der Rede wert Warum eigentlich Warum kann das Spiel nicht mal cool sein Oh Okay Es wird cool Es wird langsam cool Langsam wird es cool Okay ich nehme alles zurück Alles zurück Alles zurück Okay Jetzt kommt Jetzt Ein Ist das ein Klavier Ist das ein Klavier Ist das Das ist schon ein Klavier Es ist ein fucking Piano Es ist echt gut Ein Spiegel Oh Mir fällt gerade auf Ich habe hier die Bomben Mitgehen lassen Sieben Warum können dann keine Goldbarren zum Beispiel sein Goldbarren zum Beispiel Man wäre das super Komm ich bitte euch Ich bitte euch Aber ich finde alles Mein Gott Ich finde alles Ich möchte echt nur ein bisschen Gold finden Ist das so Ist das so viel verlangt Ganz anscheinend Ganz anscheinend Ganz anscheinend Das ist Wahnsinn Das ist echt Wahnsinn Uh Mein End Ach so Der scheiß den WD Ich noch nicht abbauen kann Super Ich komme Uh Oh Der wird der Ben Der wird heiß Oh wenn es wirklich Eigentlich nicht viel ist Aber Man muss auf jeden Auf jeden einzelnen kleinen Scheiß gucken Ja sehr gut Komm Hier ist auch noch was Ich rieche es Ich rieche es Los Oh was habe ich gesagt Oh was habe ich gesagt Sehr gut Das ist Das ist doch schon mal Ja deutlich besser Deutlich besser So ist mir das Also echt schon Achtung Sandfeld Ja Ist da oben jetzt noch was Shit Kann ich leider echt nicht sagen Kann ich leider echt nicht sagen Deswegen müssen wir da jetzt hochgehen Wir müssen da jetzt echt hochgehen Das hilft alles nichts Weil wo einmal Wo einmal Gold Da immer Gold Habe ich gerade mir so Ausgedreht Kann man sich mal einreden Kann man sich einreden Schade Bleibt wohl Okay gut Darauf habe ich jetzt Kein Bock Ne Ich bin jetzt Wellausch geworden Sehr gut Wunderbar Ausgezeichnet Ah ja Ist denn was Nein gut Dann können wir uns zur Seite Wunder So Nach diesen Touren Glaub ich Haben wir endlich mal genug Steine Wieder Nicht dass ich hier mal Dass ich mal Steine Als Mangelware habe Das ist einfach ein Witz Einfach echt ein Witz Eigentlich Oder Oh scheiß Ja hier muss man aufpassen Wer hier ins Fettnäpfchen Steigt dann einfach ein Problem Ach komm Schade Oh oh Ein Bergarbeiter Yeah Ah ja Hier Moment mal So Das Problem wäre jetzt weniger Gucken wir mal hier drüben Oh Hier ist schon wieder Hilfe Oh das ist schon wieder so ein Spinn-Scheiß Oder Oh scheiße Bin weg hier Weg hier Weg hier Haha Da neben Okay Hier ist viel nichts Kleines Stück Scheiße Kleines dämliches Stück Kacke Ah hier ist schon wieder Oh Jetzt habe ich schon gedacht Jetzt ist hier alles zu spät Jetzt habe ich gedacht Jetzt ist alles zu spät Ja Ja sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ja wunderbar Hey Goodie Bag Was aber Was aber mein Goodie Bag Was aber mein Goodie Bag ist Goodie Oh Oh Ah Hm Ha Oh Wow Habt ihr gesehen Das war ziemlich cool Das war ziemlich gut So Gucken wir mal hier Ob wir noch fündig werden Wäre halt echt cool ne Aber Ne ich glaube dass da drüben ist auch nichts Ne Ne ich glaube nicht Das war super Ach nicht schon wieder so Aha Wer suchet Der Findet Oh ja Oh ja Das ist genau richtig Oh Gott Wäre das super wenn ich mal hier endlich mal ne Goldausrüstung hätte Das ist Traum Das ist Das wäre absoluter Traum von mir Aber ganz ehrlich Wer kann der kann Wer kann der kann Oh yeah Oh Das ist super Wow Das War fast knapp Würde ich sagen Das war fast knapp Würde ich sagen Fast Nur fast Ne nur fast Weil eigentlich hatte ich alles in der Kontrolle Da es aber eigentlich nicht gibt War alles wunderbar Ach Gott Ach Gott Ach scheiße Ja Ja Komm 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 Ja Komm schon Oh Oh Yes Sehr gut Er hat richtig Bock drauf Und weg Oh sehr gut Okay Oh ja Oh ja Das ist Sehr gut Sehr gut Oh ja Das ist Wahnsinn Jackpot Oh Oh er versucht reinzukommen Oh shit Bietet sieben Sekunden Immunität gegen Lava Könnte interessant Könnte definitiv mal interessant werden Okay Verdächtig ist ein saugesegler Goodie bag Das ist ein goodie bag Right click to open Okay das ist noch mehr Spender Weil mein Inventar ist jetzt eh schon Ratze Patze Patze Wow das ist ja richtig voll Das ist ja richtig voll Das ist ja Wahnsinn Oh wow Und da kommt so ein Über 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 Überschleim Okay Gut Ich würde sagen Schön war's Wow Okay Einmal so Einmal so Einmal so Seht ihr ein Piano Es ist einfach perfekt Wenn ich das hier reinlege Ah ich hab davon zwei Super Dann hab ich hier noch ne Kiste Dann hab ich hier sogar zwei Goldkisten Was halt einfach schon wieder Wahnsinn ist Das ist halt schon wieder echt Wahnsinn Ähm So So Harden Blö Kommt jetzt ein Blöcke rein Jawohl Ein Haken Oh Shit Ah nee Istiood Istiood Oder Eigentlich Achso Ach Gott Ich bin Ha Ich wusste es Ich wusste es Ähm Nicht Was zum Teufel Ich hab gedacht Ich könnte mit hier Eisenketten Und dem Haken Kann ich hier Ein Auf 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 Ah okay Wann mal Hier vielleicht Ah Yes Oh Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Sehr gut Wunderbar Mehr geht's Ach super Es könnte ja momentan nicht besser gehen Es könnte momentan echt nicht besser gehen Hahaha Super Wahnsinn 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 Ganz klar Hier kommt jetzt Äh Keine Ahnung Muss man nicht Muss man nicht verstehen Ne Um Gottes Muss man nicht verstehen Ich hab einen Trank Tränke Ah ja Gibt's noch nicht Sehr gut Der hat die Formen wie Weiß ich Sowas Was weiß ich denn Was weiß ich denn Eigentlich ist scheißegal Nein Ist echt scheißegal Das können wir mal aufmachen Cat Ears Nein Ich hab jetzt Katzenaugen Oh mein Gott Und die schauen Wahnsinn Okay gut Ich lasse dran Ich lasse dran Ist okay Ich lasse Sehr gut Wahnsinn Möbel Kremskram Das war jetzt Leuchtwurzel Schirr Todeskraut Okay Ekelpilz Okay Dann machen wir die eigene Pilzsection Todeskraut Leuchtwurzel Pumpkin Yeah Sehr gut Eine Statue Ausrüstungsgegenstände Brauchen wir noch Dann machen wir das Machen wir einfach hier Oder Ja sehr gut Haben wir hier Sehr gut Ah Perfekt Mann war das Das war echt gut Fand ich gut Ja fand ich echt gut Ausrüstung Moni Moni Sehr gut Wunderbar Wie man hier Ganz fürs Paus Vielen Dank für Sushi Und ich habe es gefallen Ich freue mich Im nächsten Video bei Terraria1.3 Mit mir dabei Seid Mein Name ist Ben Und ich sage für heute Auf Wiedersehen Tschüss See